Oh mein Gott ist das dunkel. Wir sind hier in der Horrorschule gelandet. Ich wollte nur meine Hausaufgabenheft zurückholen, es ist auf einmal so dunkel. Was ich dabei habe hier, ein Süßigkeiten-Eimer, weil bald Halloween ist. Ah, stimmt. Guck mal, hier ist die 3E, die ist voll doof, Alter. Die hasse ich. Guck mal, da ist auch die ganzen Stühle und Tische wieder so hängen. Lass mal ein bisschen weitergehen. Lass mal lieber zu unserer Klasse gehen, ja. Unser Raum ist eh der beste. Hier ist die 3C. 3C, warte mal. Oh, was ist denn hier so gruselig alles, sag mal. Okay, komm, aber die ist auch ekelig. Die sind auch ekelig. Niemals um 3 Uhr nachts zur Schule. Würdest du mir so keiner freiwillig machen, aber machen wir jetzt extra für euch. Warte mal, rechts oder links? Ey, das hört sich echt crazy an, ne? Hier ist ein Kürbis, hier müssen wir bestimmt lang. Ja, ein Kürbis. Wir können jetzt hier, glaube ich, Dings, ne? Hä, können wir einsammeln? Ne, können wir nicht einsammeln. Da vorne. Was ist denn hier noch so ein Teddybär? Oh, da war was. Oh, warte. Wie, da war was? Da war was. Ich schwöre, hier war was. Nicht da, rechts von mir. Hier, guck mal hier. Rechts von dir. Rechts von dir auch. Was denn? Was soll dir sagen? Hier ist was vorbeigelaufen. Ich könnte schwönen, ich hab was gesehen. Ey, hier ist gerade der Spind umgekippt. Warte mal, hier der Teddybär-Werkzeug. Wo hast du denn die Taschenlampe jetzt her? Die hab ich mir da gekauft für 50 Robux. Die lag hier. Warte mal, die kaufe ich mir auch mal. Aber ey, Alter, da ist was. Da war was. Da ist was. Ich schwöre dir, da war was. Hä, du veräppelt mich doch. Hier ist keiner. Ich sehe ja nichts. Ich sage dir, dass ich da was gesehen habe. Du bist ein Veräppler. Wir können da reingehen, glaube ich, in das Zimmer. Warte mal, hab ich die jetzt oder was, die Taschenlampe? Wieso hab ich die? Ich hab die gerade gekauft. Hast du die gekauft? Ja, aber hier steht, du besitzt diesen Artikel bereits. Aber ich hab die unten nicht. Ich hab die schon. Ach, nee, du hast die automatisch an. Ach so. Ah, du hast recht. Ach, also echt. Okay, dann lass mal hier reingehen oder so, ne? Klasse B. Da war irgendein Ding, war da eben. Ach, du bist doch hier ein Veräppler. Ich veräppel dich nicht. Kann ich nicht reingehen. Okay, dann müssen wir hier weitergehen, glaube ich. Klasse B. Nein, nein, nein. Oder B doch nicht. Die ist aber die einzige Tür, die zu ist. Nein, nein. Ich sag dir, wir müssen da lang, wo ich das Ding gesehen habe. Ich kann, soll ich das mal beschreiben? Das war irgendwie so ein, was war das? So ein schwarzer Punkt oder so, wie so mit so Spinnbein. Ganz gruselig. Ja, okay. Okay, okay, okay. Ich weiß schon, was du meinst. In diese Richtung ist es gelaufen hier. Mit Spinnbein. Also hier in die Richtung war es. Ja, ja. Das willst du lieber... Hier, guck mal, ich soll mir mehr Geschwindigkeit haben. Das ist Sonic-Schuhe. Aber brauchen wir einen Ding, ja? Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Hier ist dein Manager-Raum. Oh mein Gott, ich glaube, da ist das Ding reingelaufen. Ich glaube, das ist das Ding reingelaufen. Du darfst in den Manager-Raum? Die Tür ist verschlossen, steht da. Schlüssel. Bestimmt. Oh ja, wir müssen... Vielleicht irgendwann Schlüssel. Okay, dann lass mal einen Schlüssel finden. Hier irgendwo... Könnte nur ein Schlüssel sein vom Manager-Raum. Da muss man wahrscheinlich in so einem Raum sein, wo der Hausmeister quasi alle Schlüssel versteckt hat, ne? Ich hätte gedacht, vielleicht hier... Hier ist so ein Fitness-Raum. Hier ist der Fitness-Raum. Hier ist auch der Saver. Ah, hier können wir sogar reingehen. Hier können wir Fußball spielen. Warte mal, was ist hier? Fitness-Tür? Ne, die ist verschlossen. Auch verschlossen, ne? Ich hätte gar nicht reingehen. Ich hätte gedacht, dass hier der Schlüssel irgendwo ist. Mann. Ich dachte, wir können da irgendwas... Hier? Die Schlüssel auch nicht, ne? Ne, der ist hier nicht. Zucker. Zuckereimer auch nicht. Hier ist auch Sackgasse. Nee, also in dieser Richtung ist der nicht. Aber haben wir denn noch nicht... Haben wir gerade nicht alles gesehen? Ich glaube, wir haben den übersehen, oder nicht? Ich glaube, wir haben den echt übersehen. Nee, noch nicht. Können wir jetzt vielleicht in die Zimmer reingehen, in die Klassenräume? Hier können wir jetzt vielleicht reingehen, ne? Ja! Oh mein Gott, hier ist der auch, der Schlüssel. Okay. Hier, ich hab ihn. Okay, gut. Weil ich kann den nämlich nicht nehmen. Ja, okay. Warte mal, was ist das denn hier noch? Hier ist noch so eine Notiz. Ist da oben was? Das ist keine Schule, steht da. Das ist keine Schule? Was? Wie? Wir sind doch hier in der Schule, oder nicht? Das ist doch die Wilhelmschule, oder nicht? Ich dachte auch. Wilhelmschule. Ja. Ja. Hä? Wieso? Das ist gerade ein bisschen komisch, muss ich sagen, Kaspar. Also, also, ich meine... Warum ist hier die Musik so... Ich bin mir halt immer noch nicht sicher, ob ich irgendwas gesehen habe da, oder nicht. Also, na gut. Komm, ich mach mal auf die Tür. Hast du auch, Max? Okay. Jetzt haben wir hier nochmal Taschenlampe. Hier sitzt hier ein Kürbis und hier ist nochmal eine... Der Schlüssel für Klasse B. Ich hab ihn, ich hab ihn. Sehr gut, sehr gut. Ich muss die Klasse B finden und die Tür öffnen. Okay, Klasse B war doch hier hinten irgendwo, ne? Ich glaube, das war fast eins der ersten Tür angewiesen. Ja, das hab ich noch gesehen dahinter. Nee, die zweite war das. Die zweite Klasse Tür war das. Ja, stimmt, stimmt. Ja, aber ich glaube, das Ding ist, wir sind ja Klasse A und ich suche eigentlich jetzt nur mein Hausaufgabenheft, weil... Ja, okay. Das Problem ist halt, ich hab halt vergessen, dass wir Hausaufgaben aufhaben. Hast du das denn irgendwie vergessen in einem Klassenraum, glaubst du, ist das? Oder wo ist das? Ja, ja, Klasse A. Ich mein, du bist ja Klasse B. Ja. Deswegen rücken wir jetzt da nicht, dass ich dich frage, aber... Das war in Klasse A. Nee, hier ist Klasse E. Das ist Klasse E nur. Ja. Das war falsch. Also, ich muss eigentlich zu Klasse A, aber dann haben wir doch gar keinen Schlüssel dafür. Okay. Okay, also Klasse B kann ich hier zeigen. Das ist hier vorne. Jo! Hast du den umgeworfen gerade? Nein, ich weiß nicht. Ich hab dich nicht berührt. Ach so, wieder was? Hier ist Klasse D. Müssen wir auch nicht hin. Aber wir können hier reingeben. Hier ist eine Notiz. Warte mal, was steht da? Ey, was steht da drauf? Du hast es verdient. Was hab ich verdient? Hast du es verdient? Mein Hausaufgabenheft? Hä? Krieg ich das jetzt wieder? Ich weiß es nicht. Ich glaub, ja, oder? Ich weiß es auch nicht. Schalte die Klasse B T frei. Okay, also B war noch anders. Wo war denn Klasse B jetzt nochmal? Äh, Klasse B war... Hier rechts, glaub ich, dann lang, ne? Muss ja. Hier rechts und dann... Es muss hier lang gehen, ja? Hier unten lang? Links? Ne, ne, ne. Ne, da war Sackgassen, oder? Hier, hier lang. Hier muss, oder? Sicher? Nee, hier, Klasse B. Klasse B hin. Klasse B? Ja. Hier ist es. Oh, optimal. Okay, mach auf hier, mach auf hier. Ich bin sehr gespannt. Ja, ich mach auf, ich mach auf. So. Oh Gott, oh Gott. Aufgemacht. Oh, oh. Was ist? Oh Gott, hier ist wieder in den Schrank umgefallen. Ich glaub, es sind einfach irgendwelche Ratten oder sowas, ne? Ja, das kann sein. Hier, für den Fitnessraum hab ich einen Schlüssel jetzt aufgesammelt. Ehrlich, hast du Schlüssel bekommen? Ja, 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 ja. Alter, dann haben wir ja... Vielleicht ist da da irgendwo auch die Klasse A versteckt hinter, oder so. Klasse A? Oder meinst du, dass Klasse A vielleicht dieses Zimmer hier ist? Nein, oder? Nein, 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 nein. Das ist die Klasse A. Weißt du, was das für ein Zimmer sein soll? Das soll so ein Zimmer sein, wo die Schüler reinkommen, wenn man nachsitzen muss. Ja? Hm. Wenn man keine Hausaufgaben hat. Da muss man sich da... Deswegen war da auch so Blut an der Wand, ne? Deswegen, mach doch eure Hausaufgaben! Ja, da hast du auf jeden Fall... Oh! Da will ich nicht rein. Da will ich auch nicht rein. Da stimmt irgendwas nicht. Ich will da nicht rein, Kaspar. Irgendwas ist mit dem Raum da. Da stimmt irgendwas nicht. Ich will da nicht rein. Bro, geh du vor, komm. Nein, du gehst vor. Ich geb dir 10 Euro in den Vorgehen. Ich hab alle Türen da aufgemacht grad. Wieso alle? Ich hab selber da auch ne Tür... Ach, komm. Okay, ich geh vor. Komm, geh rein. Ja, geh rein. Ich hab aber Schiss. Okay. Ich guck dich an. Ich guck dich dabei an. Okay. Okay. Oh! Hey, verschwindet mit dir! Du bist in einer sicheren Zone. Das Monster kann dich nicht angreifen. Oh, was denn für ein Monster? Das, was du gesehen hast vielleicht. Ich glaub, irgendwo lauert ein Monster. Was sollen wir tun? Lauf weg von der Schule oder Schule erkunden? Also, Schule erkunden. Was war's sonst? Ich hab mein Hausaufgabenheft nicht. Wenn ich die Hausaufgaben nicht mache, krieg ich dir 6. Das wär scheußlich. Wir sind kurz zu den Weihnachtsferien. Das wär schrecklich. Ich hoffe, du kriegst gute Noten. Ich hoffe es. Ja, deswegen. Wir müssen auf jeden Fall... Hier ist vielleicht die Klasse A. Ja, die würde ich safe sein, oder? Weil das Ding ist, guck mal. Ich muss halt ehrlich sagen. Ja. Wir sind ja erst gerade mal drückende Klasse. Ah, was ist denn das? Lauf! Lauf! Ich war erschrocken. Was ist das zum Ding? Das war nicht das Ding, was ich gesehen hab. Alter, war heute kein Gesicht. Lauf weg! Das ist eine ehemalige Schülerin. Lieber Harry Potter. Isabel. Oh Gott. Schnell. Sichere Zone. Lauf, lauf. Ja. Hau rein! Hau rein! Okay. Ich geh wieder raus. Ich geh wieder raus. Was müssen wir hier finden? Was müssen wir hier finden? Okay, pass auf. Wo bist du? Ich bin hier. Ich hab hier was. Was ist das? Du musst eine Tür finden. Er ist hier. Wer ist hier? Ich hab die Tür gefunden. Oh Gott. Was ist? Achter. Was? Ich wurde gefunden. Ich muss mich wie es borden. Ich muss mich wie es borden. Nein. Alter, ich bin mega schrocken, ey. Ich bin in der sicheren Zone. Okay, ich bin auch wieder in der sicheren Zone. Wo bist du? Ich bin hier. Ja, ich bin hier. Da rein. Ja, hier. Alter. Auf einmal kam die da eben. Die kam doch auf einmal. Da steht da, finde eine Tür um die Schule zur Kunde. Und hier ist da die Tür. Ah. Ah, verschlossen. Toll, sie ist hier verschlossen. Ich brauche einen Schlüssel, um die zu öffnen. Okay. Wo könnte der Schlüssel sein, ist jetzt gerade die Frage. Ich glaube, hier links lang. Links? Komm mit. Hier links und jetzt hier wieder links. Oh mein Gott. Jetzt hier wieder links. Oh, ich springe jetzt. Hier ist hinter dir. Hier ist hinter dir. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sackgasse. Nein. 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 Friss ihn. Nein. Friss nicht mich. Oh mein Gott. Wo ist sie? Hä? Sie ist weggegangen. Hä? Hier. Wenn du dich ganz da reingeschaut hast. Ja, du hast recht. Dann ist meine sicheren Zone. Okay, geh weg, geh weg. Komm, ich schaue vor euch. Ich gehe vor euch. Hier war falsch. Hier ist keine Schlüssel, ne? Nee, hier ist es nicht. Okay. Okay, dann ist gut. Und da kommt sie schon wieder. Die ist schnell, die ist schnell, die ist schnell. Hau ab jetzt. Guck mal, die steht da. Ja, sie ist weg. Sie ist weg. Die kommt nur bis hier vorne. Ich komme, ich komme, ich komme. Okay. Oh mein Gott. Zurück, zog. Was ist das denn jetzt? Was soll das jetzt? Du hast sie weggelacht. Nein, sie kommen jetzt zu uns. Wehe. Hier ist ein sicherer Bereich. Oh, hier ist mir. Hier rechts, komm, rechts, 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 rechts. Guck mal, jetzt ritt sie nämlich um. Ja. Weg mit dir. Ja. Hau ab da. Hau ab. Hau ab. Weg mit dir, du blöde. Das war schon mal falsch, glaube ich. Warte mal, dann kann es ja nur noch dieser Weg hier sein, oder nicht? Ne, warte mal. Doch. Ja, doch. Eigentlich schon. Das kann nur noch der Weg hier sein. Doch, hier waren wir nicht. Ja. Schlüssel. Schlüssel. Ja. Schlüssel. Schlüssel. Labyrinth. Sehr gut, sehr gut. Labyrinth. 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 Ist ja komisch. Muss man lieber wieder schnell rausziehen. Man müsste es, glaube ich, hier, uns rechts halten, ne? Kann man es angehen? Wir müssen hier in diesen Weg hier rein. Hier rein. Und hier ist jetzt die Tür hier vorne. Hier rein, sicher? Nein, ich glaube... Ganz sicher, hallo. Die war ganz hinter uns wieder. Die war ganz hinter uns. Warte. Hier, kannst du aufmachen. Schnell, die kommt. Mach auf. Wir sind in der sicheren Zone. Ach so, ja gut. Okay. Dann rein hier. Rein in den nächsten Raum. Sieht so aus, als würde es hier auch eine Tür geben. Ja, ich hoffe mal zur Klasse A. Ich suche immer noch meine Aufgaben her. Ja, es gibt auch hier irgendwelche Schlüssel, aber ich sehe hier keine. Was sollen denn hier Schlüssel sein? In den Schließfächern. Ja, ja. Ah, da. Ja. Alter. Tag gefunden. Ja, die habe ich gerade aufgemacht. Habe ich aufgesammelt. Warte, meinst du nicht, dass es noch mehr gibt? Äh, finde den Schlüssel. Also, ich glaube nicht. Ja, okay. Ich dachte, hier gibt es noch mehr. Gut, dann mach auf. Nicht, dass du da gleich hier Isabel freimachst. Naja, das zeichnet. Guck mal, hier ist ja auch jetzt so ein Stromkabel. Oh. Oh. Was ist das denn da? Die war da gerade. Ich habe die auch gesehen. Oh. Oh nein. Was ist das hier? Die hat Augen. Das sehe ich gerade. Die hat Augen. Das sind doch keine Augen. Das sind doch Augenbraune, oder nicht? Nein, das sind Augen. Du wirst die Schule nicht verlassen. Wusstest du, wer ich bin? Als hätte die so in Kohle gefasst. Achso, die hat wohl eher in Kacke gefasst. Das ist nicht gelacht. Hä? Du bist gestorben. Wie? Schlechtes Ende haben wir gehabt. Hä? Was? Mann. Hätten wir aus der Schule gehen sollen? Ich glaube, wir hätten abhauen sollen. Ich glaube, wir hätten... Oder wir... Nee, wir haben die Tür. Jetzt kriege ich eine 6. Mann! Selbstschuld, ey. Warum selbstschuld? Ja, Mann. Hätten wir es schon finden können. Wir hätten abhauen sollen, als wir die Chance hatten. Freunde, ich würde sagen, dass wir es mit dem Video gewesen sind. Ihr wisst jetzt, was passiert, wenn man 3 Uhr nachts in der Schule ist. Deswegen seid doch niemals. Lasst ein Like oder ein Abo da. Tut mir den Gefall. Schaut mal mit meinen Videos aus. Ich kann gar nicht mehr reden. Wir sehen uns morgen im nächsten Video. Bis dahin und ciao, ciao. Bis dahin und 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 ciao.